Es scheint, Jenny McCarthy hat einen neuen Kerl an der Angel. Okay, gut, es ist eine ernste Beziehung. Und es ist mit keinem geringeren als Donny Wahlberg. Die Moderatorin ist anscheinend überschwänglich glücklich über ihre neue Beziehung. Sie sagte der Zeitschrift People Magazine, dass sie sich bei Donny wohlfühlt und er sie zu einem besseren Menschen macht. Darum hat Jenny ihn auch gefragt, ob er der erste Gast ihrer neuen Show sein möchte, denn es würde sie beruhigen. Jenny hat ihn sogar schon ihrem Sohn Evan vorgestellt. Sie sagte im Interview, dass das erste Treffen der beiden total toll war. Sie haben gemeinsam Frösche im Garten gefangen. Donny ist vielleicht nicht gut im Fröschefangen, aber es scheint, Jenny hat ihren neuen Prinz gefunden.